Jo, hi, willkommen, mein Name ist DanielP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragonwalk Xenover 2. In der letzten Folge haben wir uns an ein paar der etwas letzteren Parallelquests hier angenommen und... ...mein, warum habe ich jetzt mal voll die Probleme? Egal. Und ja, ich habe auf Screen jetzt hier ein, zwei Parallelquests gemacht, allerdings waren das schon wieder doppelte vom ersten Teil, zum Beispiel dat hier und dat hier. Das war die, die ich glaube ich in der Aufnahme nicht geschafft habe und dann auch auf Screen gemacht habe. Und ja, wir haben jetzt hier, nachdem ich die hier erlebt, ich habe diese hier freigeschaltet und die sieht doch schon ein bisschen neuer aus. Außer die war irgendwie im, weiß ich nicht, DLC vom ersten Teil, kann natürlich auch sein, dass da einige doppelt sind. Aber ja, da wir hier eine etwas neue Rahmen und hier bis zu 98 noch ganz schön für Platz ist, ich sage, wir machen diese Mission jetzt, warum gehe ich denn dann weg? Und fangen mit ein paar Parallelquests an. Sehr viele sind nicht mehr übrig. Wogegen BR-Affen kämpfen, das sehe ich jetzt nicht so schwer. Das finde ich jetzt, ist jetzt nicht, boah, 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 beide Seite los. Ich nehme hier die ganze Zeit versprechen. Oh, ich habe eine neue, wat? Okay. Ach, I number, endlich mal freigeschaltet. Okay. Da hatte ich ihn schon freigeschaltet. Ich weiß nicht. Mit Jacke, ganz wichtig. Ja, wir haben es von Goku als Meister, also nehmen wir ihn auch mit. Das war die, äh, Ende von Dragon Ball Zett und die Dragon Ball Super Version. Wenn ich was, was ich debattet, könnt ihr mal ein Abo oder ein Kommentar hinterlassen. Und nein, ich werde nicht auf euren Kanal verdammt nochmal vorbeischauen, wenn ihr, verdammt nochmal, irgendwie einen Link oder so hinterlasst. Also, bitte, hör auf damit. Ist zwar schon, weiß nicht, Standard hier auf meinem Kanal, dass ich solche Kommentare bekomme, weil ich fängt an zu nerven. Weil, wenn die wirklich nur 1 zu 1 kopiert sind, auf verschiedenen Videos, das geht mir langsam eigentlich gegen den Strich. Da muss echt nicht sein, ich gucke mir eure Videos nicht an, auch wenn ihr ein Like oder so oder ein Abo oder hinterlasst oder irgendwie so was anderes. Ich gehe da auch nicht zum Händler, kaufe einen Apfel und verlange, dass der irgendwie mir, irgendwie auch, weil sie nicht eine Banane abkauft. Also, also, so muss ich dir das ungefähr vorstellen. So, haben wir da aus dem Weg geräumt und jetzt machen wir den Platz. Mein Unternehmer, war eher der, aber ich habe eine andere Kirche, so, ja, ich habe eine andere Seele ausgerüstet, genau. Und zwar habe ich, ich glaube, es sind Krieger wieder ausgerüstet, weil ich schon mal vorher ausgerüstet hatte. Und, ja, die gibt mir mehr Angriffskraft, wenn ich ein paar Gegner erledige, hätte ich vielleicht mal umwissen sollen, weil so viel bringt die, glaube ich nicht. Na ja, mach mal. Gott, sind gleich wieder kaputt. Nein. Auch mal ein Trämmchen jetzt schon, oder nicht. Sehr, sehr, sehr einfach. Ja, kommt doch noch irgendwas. Die Idee, ja, irgendwie so ein Wehraffen als, nein, entgegners Mann fand ich auch sehr schön. Und, wenn ich wollte, die hatte viele Ideen, viele gute Ideen, aber Umsetzung, da mangelte es mal. Das war leider der Untergang von GT. Ich bin zum Beispiel auch die Super Saiyajin 4-Verwandlung nicht schlecht von Son Goku und Vegeta. Auch da, ich bin irgendwie die Meinung, der Meinung, dass es nicht Super Saiyajin 4 heißen sollte, oder so. Weil es sieht nicht aus wie Super Saiyajin. Und erzieht, weiß ich nicht, eine wildere Version eines Saiyajins aus. Oh Gott. Keine Ahnung, die anderen Saiyajin 4 sind alle so golden, goldenes Haar, goldene Aura und so. Ich glaube, 4% sind auch noch eine goldene Aura. Aber, ich weiß nicht, ich sehe irgendwie nicht so... Das ist super, in Super Saiyajin 4. Ich sehe mir so eine wilde Art von Saiyajin. Wird man es vielleicht anders nennen können, weil ich nicht wahrer Saiyajin oder der Wachter Saiyajin irgendwie, irgendwas anderes, härteres halt. Super Saiyajin fand ich, passt nicht so zum Namen. Ich habe mir ausgesunde, weil ich nicht... Vielleicht OZARO Saiyajin oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, irgendwas anderes halt. Aber ja, davon gab es, wie gesagt, GT hatte viele Ideen, viele gute Ideen. Nein, eine blöde war natürlich, wie erst ein Guckoo in ein Kind zu verwandeln. Hallo. Euch bin ich auch noch nicht begegnet. Kann ich so Pan freischalten, bitte? Dann kann ich endlich mal bei ihr trainieren. Jetzt eigentlich Trunks als Meister. Ja, nein, es gibt gar nicht Trunks als Meister. Ich meine, es ist eine Hauptcharaktere, also muss man nicht direkt ein Meister sein, aber steht da. Ich meine, es gibt den nicht als Meister. Wenn der Trunks aus GT irgendwie als Meister, obwohl das wäre, glaube ich nicht so gut. Trunks in GT ist nicht gut. Vollkommen, weiß ich nicht. Obershadowed von der Zukunftsversion, von beiden Versionen, also von Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super Version von Future Trunks ist ja Future Trunks. Das war blaue Haare, aber der ist trotzdem badass. Du kriegst viel Schaden, ja, Pan war auch nicht so, weil sie nicht. Ich glaube Pan ist sehr verhasst in der Community, dass ich jetzt nicht so zustimmen kann. Blöde, sie hat jetzt nicht mehr so viel Einfluss in GT. Weil sie schnell mit den Gegnern nicht mehr mithalten konnte. Was hat der Brümer auch nicht noch abgehalten, den Hauptcharaktes zu sein. So, ich komme zum Gruppen. Der wahre Grund von Dragon Ball Super. Wissen wir wollen, Dragon Ball Super. GT heißt nicht, oder so, ne, ne, Goku Time. Weil es da irgendwie nur um Son Goku geht. Lass euch mal irgendwie auffallen. Irgendwie anderen Charaktere sind eigentlich nur da, um mich hier auf die Schnauze zu kriegen. Boah, sehr, äh, Dragon Ball GT Fokus hier. Diesen Part. Mal, wenn wir gegen ein paar GT Charaktere kämpfen. Darum muss man ja auch mal ansprechen, ne. Vielleicht geht's in dem Zeit-Alern ja gar nicht mit Dragon Ball GT. Gleiches sagt's irgendwie, weil ich nicht. Vielleicht ist es ja unsere letzte Chance irgendwie, das Thema Dragon Ball GT anzusprechen. Wir haben ja schon viel beim Rosette und Superjahr so angeredet, aber bei GT kamen wir noch nicht so viel dazu. Ah, wir haben ja auch so ein Makel in Dragon Ball GT, es war, ähm, dass ich Son Goku, der muss ich mal lokal machen können, dass ich Son Goku immer voll zurückgehalten hat. Seine Superjahr in Format auch voll dämlich ist. Der ist schon schwächer geworden, weil sein Körper irgendwie kleiner geworden ist, glaube ich. Also die Entschuldigung, der da ein bisschen schwächer geworden ist. Man verwaltet sich noch nicht mal in Superjahr in Bad, irgendwie in Dragon Ball Z mehr so, so ihr überlebt ja verdammt, aber so ein Standard ist. Die haben sich da sofort im Kampf in Superjahr verbandelt. Meistens. Ja, und jetzt noch ein paar Mal. Ne, ausreichend halten. Das ist ein Gokos GT-Kleidung, konnte man nicht freischalten, die war gut im ersten Teil, glaube ich. Leid, meine Energie ist ein Gokos GT-G. War keine Attacke, verdammt. Die Attacken sind für mich immer Teil, wenn wir die Freischalten beim ersten Mal. War schade, weil die letzte Parallel, was ich ausfügt, gemacht habe, konnte ich final, kam ja, ja, freischalten, habe ich nicht bekommen. Was schade ist, war eigentlich nicht so schwer, die Missionen sollte ich vielleicht mal machen. Oh, haben wir eine neue, klein, aber stark. Ja, wir kämpfen hier gegen 4 GT-Karaktere, habe ich jetzt das Gefühl, Pans Kleidung, Pans Kopfbruch. Ein Jungfernknall, das ist schon ein paar Anlertag wahrscheinlich, ne? Wir kämpfen schon wieder gegen unsere GT-Karaktere. Können wir die so freischalten? Ha, guck mal da. Und wie wir die haben, Dragon Ball GT, Trunks. Soll ja nicht ein bisschen anders aus, hat der ja nicht noch eine Jacke oder so, eine braune? Wer ist stärker? Trunks aus GT, das bezweifle ich. Das bezweifle ich sehr hart. Wer ist stärker? Ja, er, ich gucke sie auf die Werte, ne? Äh, scheint so stark wie Dragon Ball Super Song Goku zu sein, was ich auch sehr bezweifle. Müssen wir auch schon Pan freigeschaltet haben, oder? Wo kommt er denn auf einmal? Ja, gegen ihn habe ich überhaupt nicht gekämpft in letzter Zeit. Warum hab ich ihn auf einmal? Ja, wir werden auch nicht Pan anscheinend. Soll ich ändern, ich muss die Freischalten, damit ich bei ihr irgendwie vorankomme. Meistermäßig und so. Okay, wir müssen aber weiter. Son Goku. Und, ich glaube, ich habe ihn jetzt. Son Goku und Son Goku. Sieht man halt irgendwie an den Bildern? Ne, ne? Entschuldigung. Da müsst ihr ja eher kein Untamed haben. Die Dragon Ball Super Version, aber, ich glaube, das sieht man irgendwie bei Charakter aus, weil ich. Da kommt schon direkt Son Goku. Warum ist mir jeden als, ich glaube, die generelle Idee in Dragon Ball GT von den Machern war, ist, dass die irgendwie Dragon Ball, also normale, ein bisschen neu auflegen wollten, dass sie so eine große Reise machen und die Dragon Balls suchen, im All, ich bin so ein Dragon Ball, so, ich bin so, ich bin so, ich bin so. Went ihr mal nicht? perceptions. Ich rufe mich jetzt mal. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin професс ich bin groß und ich bin stark und da war es ja die generelle idee war ja dass sie drängen wollen neu auflegen wollten originale was man kann ja hat er überhaupt ein schwert in ich habe zwangslägen wenn sie irgendwie aufleben wollten warum tun sie dann in vier waren superzeit schon erfinden in dem sombruch wieder groß wird auch voll schwarze nicht warum man sehen da nicht direkt großgeist und wenn er sowieso wir waren passagen wieder groß ist dann die meiste zeit irgendwie kämpft aber schwache sind nicht super strom schlag ja ich glaube der angriff ist echt von 16 weil wir in eine von stadt wie freien gesehen direkt aufladen bezeichnet probleme dieser storyline war allerdings also dragon balls suchen war dass die black star dragon balls suchen mussten und die zerstörer den planeten auf denen sie benutzt werden und ja einige leute haben schon so daraus herausgepickt was da problem ist das problem ist die tun sich tun so eine super lockere reise so eine fröhliche spontane reise unternehmen und im hintergrund hat man die ganze zeit ja übrigens hat nur ein jahr zahlen dann ist die erde zerstört das funktioniert nicht ganz irgendwie so eine muntere reise unternehmen und den weil sie nicht also fröhlich durch die gegend ziehen lassen während irgendwie im planet die ganze zeit droht zerstört zu werden und ich habe irgendetwas nicht geschafft verdammt wenn ich ihn da machen lassen wir uns pannens kopftuch da ist doch auch was dragon quest kopftuch nein auch karte von dränk was acht hat auch so ein kopftuch und neu auferlegt aufgelegt für ihn nintendo 3ds mit zwei neuen spiebern charakteren nicht schlecht oberts besieger wo geht auch die kacke love kam er mir auch gott na gut warum nicht habe ich ob der auf charakter von dränk was 80 auch wieder ein super zeit schon verwandeln kann okay wir haben super seien vier son goku freigeschaltet die tiefe stimme von ihm da ist gut so was heute in vier weg geht da der nur vorbestellern im ersten teil zur verfügung stand was sehr dämlich war warum meine leute die sich das spiel nicht vorbestellt haben hatten nie eine chance den charakter zu bekommen damit ist ganz schön weit hinten wenn ich es so richtig blöder move gewesen so wen haben wir noch hier da oben fehlt noch einer da da drei charaktere noch die t vielleicht wer fehlt noch von ct super c 17 warum stimmt dingens das was heißt vier gräser oder ihr könntet 17 sein wir finden da noch dann und wir finden da noch fehlen wenn wir schon herausfinden frage fehlt noch wenn wir schon herausfinden wir waren so besser jetzt haben wir gut geht da haben wir noch nicht das heißt jingo geht da kommt unter normal gogeta wahrscheinlich dann ist das super c 17 und wer fehlt noch oh gott weiß ich wie konnte man machen ich meine er hätte doch wenigstens irgendwie kaufbar werden wollen laufe der zeit da wollte ich nicht nein wenn du hast spiel nicht vorbestellt hat viel lieber die möglichkeit hin zu bekommen einfach nicht war nicht gerade der cleverste zeiten wir auf mysteriöse weise immer voll durchdrehen wenn ich meine ausdauer weg habe gehen da irgendwie oder so ja aber will ich mir nur ein oder sind diese quest extrem leichter als gott da tue ich nur abgenehmen wo sind diese extrem leichter als nicht in die puste passen die quest sind extrem leichter als letzten auch die die ich ausgehen gemacht haben ein fisch schwieriger müssen wir die neuen leute auf einmal so befinden gar nicht so schwach waren aber eine als doppelte mission auf dem ersten teil also nicht so schlimm die es gibt habe doch sagen ein cooles dem fans kann man ja mal wird man strom kam ja mehr hat lustig nämlich immer noch glaube irgendwie stärker ist als einige andere charakteren super aber das lässt sich noch debattieren wir sind noch nicht am ende von drängen musik war also da kann auch vieles passieren vielleicht kommt ja irgendwann zu was halt in gott guckt hat gab ja schon die partei im blaue ghetto und dann schon extrem stark also ja mal schauen da auch freue ich mich der gegen baguette zu kämpfen ist schon sehr schwer in dem spiel haben wir sonst gemacht der einzige problem mit geht aber dass er überheblich waren da ist ja nichts neues also so stark wie der war hat denen sowieso nichts irgendwie vernichten können da ist irgendwie wenig aus habe ich so ja und lässt sich von meinen super strom start treffen damit habe ich auch erst damit habe ich auch selten getroffen in letzter zeit auf screen ich habe heute für die dlc wird gefühlt die dlc habe ich zu ende reden danke das was für die dlc einig das wenn ein bisschen schwieriger hoffentlich die mit universum sechs hat hier und so was dann hat er überhaupt noch merken vielleicht muss ja noch nicht freischalten oder muss ich deutlich zu mir zu transportieren ich habe ja mal jetzt kommt der erst und legt richtig wirken auch klar kann ja das ist ein ultimate warum ist oder nicht nicht beteiligt es lernt er hat wahrscheinlich auch damit ich habe merke habe ich so war glaube ich hast du auch damit wir kommen jetzt noch wir kämpfen miteinander warum kommt ihr die schlägste musik aller zeiten nach der städte einfach nur lässt sich schlagen soja kratz mir mal den bauch so ein verhindern er darf immer strecken auch was mich so überzeugen überseitig für bogeta wird irgendwie eine herausforderung für bild sein aber jetzt weiß ich nicht aber schon 70 prozent mithalten im film so glaube ich nicht dass die chancen so unglaublich schlecht soll denn ich bin gar nicht abgezogen oder ein bisschen mehr guckt euch mal den stärkerunterschied zwischen bogeta und aus flusen today durch mein stärkerunterschied zwischen bogeta und der ist auch noch da stimmt war schon lang mein guckt euch mal irgendwie den stark und zwischen omega schnell long und hat geweckt und super seien vier bogeta also geht hat ja den boden aufgewischen hat ihn nur angeblinzelt wie damit geschadet und ich glaube omega stellung hat soll alle fertig gemacht aber auch so ein abstand irgendwie da könnte mir irgendwie nicht sagen ich war so was hätte schon wo rede kannst du mal aufhören mich zu er macht diesen alles die ganze zeit schon ganz schön riesiger kraftunterschied gewesen wir da gezeigt wurde so glaube ich nicht dass irgendwie die chancen so extrem niedrig sind von bogeta vielleicht danach noch ein paar legt was man was noch mal glaubt gar nicht so ich muss überlegen das ist wichtig und ich muss ein meiner song das ist wichtig und das klappt nicht aber ich war doch schneller genug irgendwie bei denen sie programmiert hat oft macht um ein paar ersten aber viel erreicht heute ich wollte sowieso nur ein paar ich bin schneller mandat super strom schlag nein da ich auch heute nicht mehr ich wollte eigentlich noch ein dranhängen aber so geht das jetzt nach der kampf noch so ein bisschen dauern würde super strom das hat nicht so viel abgezogen schein damit in der zeit nicht mehr so oft zu treffen aber manchmal hat schon damit ja so wie er zum beispiel die ganze zeit weil ich habe den angriff hoch und glaube ich werden wir bekommen ich habe mal den versuch auszurüsten weil er doch fast 35 oder so weil sie nicht da habe ich mir gedacht der ist vielleicht verdammt stark aber ich versuche mal ein paar parallel quest damit zu machen aber damit habe ich nichts getroffen ich habe da glaube ich kein einziges mal nicht getroffen ich habe den ganzen text werden also machten wir irgendwas ich glaube wir haben verloren ich habe nicht vorstellt die schaffte mich wieder zu blieben wenn ich kann die paar lege was noch machen kommt 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 wundervoll aber auch gott und jetzt ganz schnell aufladen noch gehen nur noch durch oder wie so ich habe in gt regeln meiner base form kommt und sauber ist gar keine hier sehe ich doch gerne röster hat das hat es nicht gebracht und nein und da kommen wir wirst eigentlich nicht machen nachher kann er dir machen und frisst hat schicksale Gehalten wahrscheinlich nutzlosest und angefangen alle nein das ist immer noch viele andere farb trifft nicht mal mit der seite trifft damit kult weil ich etwas gehen jetzt eigentlich mal panof trainieren gut aber alle meister freigeschaltet wie sieht es jetzt hier aus super 17 der ultimative cyborg so nach der logik kann man jetzt auch super 17 freigeschaltet aber immer schon die karaktere vor freigeschaltet aus irgendeinem rund namen also was eigentlich in vier uhr geht aber ich mache mal den sein wert mit wisst also nicht ein bisschen ausgeglichener ist hat volle möhre auf die frage mich weil da oben noch fehlt könnten dann auch fehlen natürlich nicht hat er mir das sagt oder so ne hat schon herausfinden irgendwie ihr fährt auf jeden fall super als 17 hier kommt 17 darunter kommt mehr oder weniger zu 18 also muss dazwischen super 17 sein außer die packen wie die version von der hölle oder aus gt noch da rein ein bisschen dämlich finden würde mir fehlt hier gt in karte aus gt weil wir haben hier die shenlongs und pahn irgendein gt charakter wer fehlten dann noch dann gibt es doch nicht mehr so viel keine ahre fällt mir jetzt nicht ein wenn wir rausgehen im nächsten part wahrscheinlich wir haben die t gogeta schlecht sehr stärker als er hat ein finger reich für dich gleiche pose ja ja ich würde dann sagen wir beenden den part hier die nächsten paar parallelquests werden wir dann in der nächsten folge von let's play drang box 2 machen ich glaube mich alle herzlich für zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge